Ich denke, die Erwartungshaltung ist sehr, sehr hoch, aber völlig zurecht. Musik, Lichteffekte, alles, was das Varieté braucht. Das ist okay, wir fangen einfach nochmal ganz von vorne an. Wir tun so, du holst jetzt den französischen Koch und er hat zufälligerweise das gleiche Kostüm an wie du. Sessi. Polo. Herr Mönch. Ich bin ein Mönch. Das ist der Mönch, vielleicht schon mal gehört, kommt zu uns in die Show, sagt Hallo, Hallo, ich bin ein Mönch. Sie sind ein Mönch? Ich tanze nicht, ich komme aus Sibirien, ich sterbe. Tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Ist schon okay, Bruder. Nein, das ist unglaublich. Was ist denn hier los? Der Mönch war da. Was hat er gesagt? Hallo, hallo, ich bin ein Mönch. Du bist ein Mönch. Halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Hier gibt es gleich Applaus. Alle Luft jetzt raus. Ja, ich bin ein Mönch. 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 Vielen Dank.